Guten Morgen Freunde, die Sonne scheint, es ist ein wunderbarer Tag, richtig geiles Wetter und ich hocke heute vier Stunden ungefähr im Zug. Kann man mal machen, ne? Und ich habe noch Urlaub, noch eine Woche, fahre zu meinen Eltern, ein paar Freunde aus der Heimat besuchen. Wir sind jetzt in Dresden, wir sind heute früh hierher gefahren mit dem Zug, meine Schwester steht hinter der Kamera und wir treffen gleich den Timon und den Julian, vielleicht kennt ihr die von One-Shot-Films, die machen auch YouTube, vielleicht kennt ihr die. Ja, die sind zufällig in Dresden, ich bin auch zufällig in Dresden und dann kommt noch eine Freundin, die jetzt nach Berlin gezogen ist und sich unbedingt mal Dresden anschauen will. Wird lustig, wir gehen jetzt erstmal zu Timon und Julian. Hallo, nein. Neul. Wir sind jetzt hier gerade einfach noch durch die Stadt gelaufen und haben ein Motel ausgezeichnet und sind jetzt wieder am Bahnhof angekommen. Jetzt abschieben wir uns auch von ihr hier, war echt schön, da ungefähr auf jeden Fall wieder die Stadtführung. Ja, cool, dass dann mal da warst. Ja. Vielleicht sehen wir uns noch mal in Frankfurt oder so. Irgendwo sehen wir. Wir sehen uns dann auch im Westen. Ciao. Na dann, ciao. Und gut heim. Oder nach Paris. Heim. Heim. Es geht nach Paris. aus. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020